Da gibt's eigentlich auch keine Waffen Ich finde die ganzen verschiedenen Waffen, die's da gibt, cooler Und Hanni schaut zu! Hallo an Hanni! Fuck, na ihr? Na, alles klar Wer ist Hanni? Wundert euch nicht über Silvan, der hat heute mal wieder seinen Ultra-Retard-Tag Und Let's Boss ist auch da, Servus Das ist Blutmond, ja Alter, what the fuck? Hä, das ist doch kein Prop Hunt Ich schieße hier auf Aliens What the fuck? Hä? Ich kämpf ja noch mal Ich dachte, das ist Prop Hunt Ja, du schießt auf Prop Hunt Fuck Es läht mich mal Awww What the f... What the... I don't understand I don't understand Ich glaub, das ist irgendwie Arena Mode und das Spiel hat jeder nur ein Leben Ja, genau so sieht's aus Hier ist irgendwo mein Teammate Und da ist noch ein anderer Gegner Ja, jeder hat ein Leben und du spielst quasi bis, äh... Aua! Ich schwör mein Gott Derschen Derschen Aaaaah, Alien Und wir sind die Predator Was ist los? Warum mach ich dem so wenig Sharken? Hä? Warum nehmen die denn so wenig... Alter The fuck is this? Ich frag mein Gott, was du hier spielst Ja, ich mich auch Du bist mir schon hinterher gejoint, wa? Jaja, ich bin ja auch da Und darf ich danach mitspielen Jetzt hab ich noch einen Feind Auf der Map Der wohl oder über irgendwo unterwegs ist Ja, wir sind im Gegenteam, gäh? Na, nicht so schlimm Oh mein Gott, Forlost, wo siehst denn? Ja, Alter, warum mach ich denn so wenigstum? Was siehst du so wenigstum? Das ist zu blöd, um dich zu sehen Ja, ja, ich merk's schon Fuck What the fuck? Wie oft soll ich den denn abschießen? Der hat 47 Leben noch, what the? Hey, die falsche Waffe oder so? Handschuhe der schnellen Flucht Je Honey, wenn du's nicht schaffst mit der IP eingeben Dann add mich einfach auf Steam Und spammt mich nicht voll mit Shit, sonst gibt's Sonst gibt's einen Block Halt einfach deine... ...missgeburtige Fresse Nein, nein Du Hier höre ich ne Alarmglocke, wie wenn der Bombe einschlag nimmt Und die satz hier ein Frosch mit Antenne am Boden Alter, what the fuck? Nooo Ey, was ist denn los? Was ist denn so ein Scheißdrecks-Mode? Ich hasste den grad hart Ich dachte, das sei... Versteck dich Ja, ich dachte auch, wir spielen hier Äh... Prop Hunt Das steht da auch als Spielbeschreibung Ist es aber nicht Was ist Prop Hunt? Ich gleich Prop Hunt Da, wenn du Tab drückst, dann steht da Pandacommunity.com TF2 Nummer 21 Prop Hunt Hä, what the fuck? Was? Ich hab nicht mal was gesehen Du hast schon gewonnen, GZ Ja Ja, ihr habt noch keinen einzigen Punkt Ich weiß nicht, unser Team ist irgendwie viel schwächer oder so Ich versteh das schon prinzipiell nicht Wir haben einen Elien im Team Aber es geht hier sogar einfach tötete Gegner ohne zu sterben Alter, keine Ahnung echt Das ist der absolute Weirdo-Mode Und ich mach halt so ultra wenig Schaden Ah, ich hab was getötet Etwas oder jemanden Oh, das hören jetzt alle Ja, ja, jetzt, ja, klar, Mr. Snow König des Dschungels Minigun, seltener Stufe Was hat der für ne Waffe? Der Heavy Ultra Heavy 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 Waffe Das ist voll geil Oh Gott Ja, genau Oder unter Favoriten addet man einfach die IP Das geht auch Hanni, hast du gut gemacht Also ich bin noch der Letzte Gegen zwei Weißt du, wenn das jetzt ein CS wäre Dann könnte ich jetzt hier eine coole Taktik anwenden Aber hier Auch wenn du das rumgeballert ist Sascha hat dich getötet, Silvan Dann, dann, dann Du weißt nicht mal wer es ist Schämst du dich eigentlich nicht? Warum haben wir eigentlich nur Scouts im Team? Und kein Team ist es Ich frage mich, was ist das hier überhaupt? I don't know Wieso höre ich nicht mehr an, 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 an Alarm, als wir gleich eine Bombe einschlagen Ja, alter Ich weiß nicht Ja, wir werden einfach genatzt Genatzt Ja, ziemlich zerschnetzelt Oh, ich hab Hanni getötet Best Hanni Who the fuck is Hanni Jetzt stirbt der Typ Dein Ende hat Dein letztes Stündlein hat geschlagen Jetzt komm halt her, du Spast Why are Spast, die Kinders? Bin ich schon wieder alleine, oder was? Äh, ja Oh, nö du Uncool echt Uncool as fuck Halt einfach hin Nein, nein, nein Ich töte noch wen Fuck you! Mann, was kann mein Team eigentlich? Penisse Heb die Fresse Schau mal, Hanni spielt in meinem Team mit, du nu Ja Und sie schreibt nur, bestes Internet EU Deswegen verkackt unser Team so Ja, ja So, ich bin jetzt einfach mal unzerstörbar, ihr Ficker Was wollt ihr tun, ne? Was willst du tun, Spast, die Kind? Auch cool, ihr habt einen Aufkauer, den töte ich jetzt What the fuck? Wieso töten die mich eigentlich immer so easy? Das geht mir echt auf den Sack Ich nehm jetzt den Sodapopper mit dem Criticola Und... Ja, Sonja am Stiel ist toll Und dann popst du? Oder was? Maul jetzt Was? Du hast Sodapopper gesagt Ich pop' Soda Sascha, führ uns zum Sieg los! Wo ist der? Nirgendwo Ja, töten sie alle! Oh mein Gott, nein Nein! Das ist Spawncapper Never! Das würde doch nie jemand wagen Oh mein Gott Tipptipptipptipptipptipptipptipptipptippt Da wird jetzt ein Spawncapper Juhu! Nein! Doch! Bleib weg! Okay! Ihr Wichsers Und eure Mongos rennen immer um mich rum ey Und dann werde ich plötzlich immer von hinten getötet So ultra unerwartet Warte What the fuck? Ja, und die lassen sich einfach vom Bogen töten Easy going Beste Liebe Vom Bogen? Och hier geht's geil nach Talen Ja, vom Bogen What the fuck you piece of shit! Hi Folos Game Crafter Was habt ihr so für Konsolen? Keine Hashtag PC Master Race Danke Yassi Meine Worte Game Crafter nur Okay Okay dann Dann ist das wohl so What the fuck macht der Red Dragon? Ich hab ne Wii Ich hab ne Xbox Und ich hab 15 Wii's Ich hab 5 mal die PS4 3 mal die Xbox One Und 16 mal die Wii Das ist klasse man Und ein PC Und ein PC Und ein PC Wenn die 1 sagt dann stöhnt die so richtig 1 1 1 1 1 1 1 Ich bin gekommen Die hat das beim Orgasmus gesagt Ich weiss es Diese Audio Wurde aufgenommen während eines Orgasmus Herrgott ich treff auch nichts Nein und die Band eines Orgasmus Ne? WTF Wozu mach ich das denn hier Kacke? Fuck my life so much Achso eigentlich Kaka mit Brösel Wut da? Hier geht es ja rein? I did not know dat Ich weiss Wann lachscht du so? Können wir jetzt eigentlich das spielen was wir eigentlich an Das nicht spielen wollten Nein händler aber das ist scheiße du bist scheiße warte 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 WTF der trifft mich ein und ich bin tot was hab ich eigentlich für Scheißläufe was hab ich das denn aber wer gewinnt er dieses Mal glaub ich auch nur du ich sei zu zweit eine stellt eine Sentry Gun auf was läuft denn bei dem Falsch Verteidigte hat wieviel Punkten geht denn das I don't know and I don't give a shit Spor eins OEEEN Du bist so schön und ernsthaft. Ja, dass du einen harten kriegst. Von der Computerstimme. Ja. Also. Was ist hier? Oh oh. Nicht in die Granaten. Das sind böse. Oh, what the? Fuck my life so much. Ja, wir haben gewonnen. Take this bitches. Warum steht es denn jetzt plötzlich 3 zu 0? Kann mir das mal jemand erklären? Und nein Sascha, wir sind leider nicht im TS. Wir sind im Skype. Da wir zum Streamen gerne mal unsere Ruhe haben. Aber ich bin so ab und zu mal im Teamspeak. Ich gebe zu, nicht so oft wie ich es vielleicht gerne wäre. Oh, wir haben, wir haben einen Spy. So, es ist draußen, es ist draußen. Oha. Ich bin so ein Badass, I know. What the fuck? Egal, ich habe zwei getötet, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Beste Runde EU. Ich schau jetzt Sascha zu. Oh, Hanni ist gerade gestorben. Hanni spielt immer den Heavy. Und euer Scout tötet halt einfach alle. Ist Hanni eigentlich ein Mädchen? Ich nehme es mal an vom Namen her. Ich gehe auch mal davon an. Wobei es könnte auch ein junger Name sein von... Hannes? Ja, von... Handerich. Nein Hannes, du Honk. Hannes, genau. Was? Nichts! Ich habe ja gar nichts gesagt! Oh Gott. Ihr habt einen Spy und das ist ziemlich mies. Wenn du mich fragst. Okay. Ich finde der Spielmodus scheiße, aber sonst ist alles in Ordnung, oder? Hä? Findest du echt? Ich finde den echt in Ordnung. Es könnte mir auch so gut gleich eine Rank spielen in CS. Was laberst du? Das sind ja auch 5 gegen 5. Toll. Red Orange treibt einfach den. Ja! Alter, du bist alleine! Mein Gott Sascha! Sascha, du bist alleine! Der Typ da ist! Der Gegner! Das ist der Spion! Hoffentlich hat er es gehört. Hashtag fragwohlas. Kann man so ein Kissen kaufen? So eins wie das, das da im Hintergrund chillt? Moment. Das hat ein Kumpel, beziehungsweise eigentlich der Kumpel von meinem Bruder, aber trotzdem habe ich sie als Deko rumstehen, in China oder in Japan gekauft. Irgend so ein Land auf jeden Fall. Ja Sascha, ich bin nicht stolz auf dich. Aber theoretisch gibt es so eins schon. Also das kommt von Plants vs. Zombies, das gibt es bestimmt auf Amazon. Ach so, der meint die Erde, das ist doch, der meint das M. Die Universal Nusswahl! Hallo! Ja, coole! Ich bin die Universal Nusswahl! Und wie geht's euch, Kines? Okay, genug von diesem Quatsch. Das ist genau wie wenn du ein Pädo wärst. Ja, das ist mein zweites Ich. Das Pädo Ich. Das Pädo Ich? Mein zweites Ich ist Pädophil. Ja, das ist ein süßer Sech, das mag ich. Ah. What the fuck? Wo ist dieser Gegner hin? 9, 9, 9! Ich triff nix! Ah! Bro! Dann triff doch mal endlich was! Ich habe ihn nicht gesehen, mein Sascha! Oh ne! Warte, ich bring ihn, ich bring den Universal. Siehst du, siehst du, Hanni sagt der Hanni, ja. Der Hanni, das heißt, sie ist männlich. Oh. Sie ist männlich. Das hast du wunderschön gesagt. Ja, sie ist männlich. Oh fuck, oh fuck, was habt ihr da? Alter, alter, alter. Beruhigt euch doch ein bisschen. Stehen einfach so. Es ist offiziell. Sie ist männlich. Ne? Es ist offiziell, sie ist männlich. Oh fuck ey. Ich triff nix. Ich bin ein Noob! Siehst du, Gamecoff, der meint das M. Das ist kein Kissen. Das ist, äh... Folos. Das M hinter mir? Nein, das M hinter mir, das ist, äh, auf ne Leinwand mit Acrylfarben von meiner Freundin gezeichnet. Das kann ich aber gerne auch kurz in die Kamera halten gleich. Ich werde mir ein M-Kissen machen. Ne, genau. Alter, diese Idee mit dem Kissen zum M drauf eigentlich, ist gar nicht mal so schlecht. Die fände ich echt gut. Vor allem ist sie ja voll einfach. Ja, vor allem ist sie voll einfach. Du machst das M drauf und fertig. Das ist nicht so wie bei einem T-Shirt und... Fickt euch! Mit einer scheiß Sentry Guns da im Camp, ey! Wie schwul ist das denn? Wie schwul ist das denn? Achim.